Einen schönen Sonntagabend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer Doppel-Jackpot-Siehung bei Lotto 6 aus 45 und zu einem Jackpot beim Joker. Am vergangenen Mittwoch hat es zum zweiten Mal in Folge kein Spielteilnehmer geschafft, die sechs Richtigen zu erraten. Damit haben Sie heute Abend die Chance auf einen Lotto-Doppel-Jackpot, der mit rund 3,2 Millionen Euro gefüllt ist. Diese Summe wandert ungeteilt auf Ihr Konto, wenn Sie allein die sechs Richtigen gezippt haben. Glückstrichter und Kugeln sind natürlich überprüft und ich begrüße den Notar hier im Studio, Herrn Magister Gregor Aitler. Grüß Gott. Er wird die heutige Ziehung beaufsichtigen. Und jetzt starten wir. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Und die erste Gewinnzahl von heute Sonntag lautet 34. 34. 34. Ich hoffe, Sie haben auch 45 auf Ihrer Quittung stehen. 45. Gewinnzahl Nummer 4 heute Abend. 44. 44. Und weiter geht es mit 23. 23. Und der heutige Doppel-Jackpot-Sexe ist komplett mit 32. 32. 32. 34. Und die die Zolle-Jackpot-Sexe ist komplett mit 8. 10. Fehlt nur noch die Zusatzzahl und diese lautet 4. 4. 4. 4. noch einmal die Gewinnzahlen jetzt in ansteigender Reihenfolge. 23, 32, 33, 34, 44, 45 und die heutige Zusatzzahl ist 4. Kommen wir nun zum Joker. Auch beim Joker hat es am Mittwoch keine Quittung mit der richtigen Zahlenkombination gegeben. Damit geht es nun auch hier um einen Jackpot. Es winken rund 400.000 Euro für das Ja zur richtigen Jokerzahl. Ich hoffe also, dass ihr mitgespielt und Ja zum Joker gesagt habt. Viel Glück und los geht's! Die erste Stelle der heutigen Jokerzahl lautet 5. 5. An zweiter Stelle ebenfalls 5. 5. Die dritte Stelle lautet 9. 9. An vierter Stelle haben wir 3. 3. An der vorletzten Stelle 0. 0. Und an der sechsten und letzten Stelle haben wir heute Abend 6. 6. Somit lautet die Jokerzahl der heutigen Ziehung 5. 5. 9. 3. 0. 6. 1,50 Euro gewinnen Sie mit einer übereinstimmenden Stelle. 7 Euro mit zwei Stellen. 77 Euro mit drei. 770 Euro mit vier. 7.700 mit fünf. Und mit sechs übereinstimmenden Stellen haben Sie den Joker-Jackpot. Ab und wie viel Sie heute Abend gewonnen haben, können Sie durch Eingabe Ihrer Quittungsnummer auf www.lotterien.at überprüfen. An Gewinnerinnen und Gewinnern dieser Ziehung gratulieren wir sehr, sehr herzlich. Anzahl und Höhe der Gewinne erfahren Sie darüber hinaus im UF-Teletext auf Seite 721, auf Win2D.at aus den Tageszeitungen, sowie natürlich auch in Ihrer Annahmestelle. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die neue Woche. Auf Wiedersehen am kommenden Mittwoch hier in ORF 2.